Heute gibt es ein ganz einfaches Puddingrezept und das sind die Zutaten Avocado, Banane, ein bisschen Vanille. Wenn du es nicht hast, reicht auch Zimt. Die Bananen klein schneiden, ich habe jetzt Zimt und Vanille dazugegeben und dann kommt eine Avocado dazu. Das alles wird jetzt püriert. Wie du siehst, brauchst du auch keine großartigen, teuren Küchengeräte. Und dann hast du schon einen sehr gesunden Pudding, den die meisten Kinder lieben. Du kannst da auch Kakaopulver reinmachen, dann sieht es aus wie Schokoladenpudding. Und das ist ein super Rezept. Das ist auch übrigens eins aus meinem Kinderrezeptebuch für ganz, ganz kleine Kinder, die gerade anfangen zu essen. Da kannst du ihnen auch so einen Brei geben, der komplett nur aus Obst besteht. Sehr, sehr lecker, macht satt und ersetzt super diese künstlichen Puddings aus dem Supermarkt. Das sind übrigens Hansamen da drauf. Wenn dir das Rezept gefallen hat, dann unbedingt nicht vergessen, mein Kanal zu abonnieren, Glöckchen aktivieren, Daumen nach oben und ja, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.